Die Inflation, die sich die EZB so sehnlich herbeigewünscht hatte, ist nun also eingetreten. Allerdings anders, als man sich das im Elfenbein Tower in Frankfurt vorgestellt hatte. Die Inflation ist kein niedliches Hauskätzchen, sondern ein nicht mehr domestizierbares Raubtier. Es besteht eine realistische Chance, dass der Euro diesem Raubtier zum Opfer fallen wird. Die Inflation frisst sich mittlerweile zweistellig durch die Nominalvermögen der Bürger in der EU. Unsere Kaufkraft wird komplett zerstört. Der Euro hat seinen Wertaufbewahrungscharakter verloren. Und es wird nicht mehr lange dauern, dann verliert er auch seine Transaktionsfunktion. Die Hyperinflation von vor 100 Jahren lässt grüßen. Damals flohen die Menschen in der Weimarer Republik aus der Mark, als ihnen deren Wertlosigkeit klar wurde. Auch der Euro wird bald keine im Alltagsgebrauch akzeptierte Währung mehr sein, wenn es so weitergeht. Das Mandat der Europäischen Zentralbank war einst, die Inflation unter einem Prozent zu halten und so den Euro zu stabilisieren. Aber beim Thema Inflation liegen dort mittlerweile die Nerven blank. Nichts ist mehr übrig vom Versprechen der EZB-Chefin Christine Lagarde, das Inflationsziel unter zwei Prozent zu halten. Man rechnet nun hinter verschlossenen Türen mit einer zweistelligen Inflationsrate. Aber war das nicht zu erwarten? Dass die EZB das Inflationsziel nach Belieben manipulieren würde, war in der Tat zu erwarten. Dass die Inflation, wenn sie erst mal startet, bei zwei Prozent Halt machen wird, kann hingegen nur mit Naivität erklärt werden. Man kann die Inflation nicht steuern, nicht auf Ganze und noch weniger auf Bruchteile von Prozentzahlen. Es sei denn, man manipuliert die Statistik. Die Inflation kommt aber eben nicht so, wie diese Damen und Herren in der EZB es sich wünschen. Sie verwechseln die Inflation mit dem Weihnachtsmann. Ausgesprochen dumm war Lagards Begründung für dieses Zwei-Prozent-Ziel. Das Inflationsziel müsse glaubwürdig sein. Sie sagte vor genau einem Jahr, die Öffentlichkeit müsse es leicht verstehen können. Zwölf Monate und acht Prozent später blickt die Finanzexpertin in einen Abgrund. Aber Frau Lagarde ist darin geübt. Schon einmal kam sie ungeschoren aus einer ähnlich desaströsen Situation heraus. 2016 wurde sie wegen fahrlässigen Handelns vom französischen Gerichtshof schuldig gesprochen, aber nicht bestraft. Im Mittelpunkt des damaligen Prozesses stand eine Affäre um den französischen Ex-Minister und Geschäftsmann Bernard Tapie. Lagarde stimmte im Jahr 2007 einem Schiedsverfahren zu, um einen langwierigen und höchst komplexen Rechtsstreit mit Tapie beizulegen. Als die Schiedsmänner dem Unternehmer daraufhin eine hohe Summe von mehr als 400 Millionen Euro zusprachen, verzichtete Lagarde plötzlich auf ihren Einspruch. Das französische Gericht warf Lagarde dann vor, diesen Einspruch nicht eingelegt zu haben. Schuldig gesprochen, aber ohne Folgen für Frau Lagarde. So wird das wohl auch diesmal ausgehen. Lagarde hat schon lange die Kontrolle verloren. Und daran ist sie nicht einmal allein schuld. Das ist bereits unter ihrem Vorgänger Mario Draghi passiert, der uns geschlagene acht Jahre lang ein Inflationsziel von zwei Prozent vorgebetet hat und der dieses falsche Ziel in all den Jahren nicht einmal streifen konnte. Den Grund dafür kennt jeder Finanzexperte. Ein Nullzins wirkt erstmal sehr lange deflationär, nicht inflationär. Er zombifiziert die Wirtschaft, drückt damit das langfristige Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft und somit auch die Inflation. Zugleich untergräbt er die Risikotragfähigkeit der Banken und zehrt so an ihrer Fähigkeit zur Girald-Geldschöpfung. Die Folge? Deflation, nicht Inflation. Die überschießende Geldmenge bescherte dann der EZB zeitversetzt die herbeigesehnte Inflation, aber sie kam schlagartig und mit aller Wucht. Und nun gleichen sich die Bilder mit denen aus der Weimarer Republik. Wir Menschen verlieren das Vertrauen in unsere Währung. Es passiert zwingend, denn die schlechten Assets aus der Zentralbank-Bilanz übersteigen nun den Wert des Geldschöpfungsmonopols der EZB. Wie hoch liegt denn der Wert des Geldschöpfungsmonopols der EZB, werden Sie fragen. Er beträgt ungefähr die Höhe des jährlichen Bruttosozialprodukts in der Eurozone. Man kann ihn schätzen als eine Art Gesamtwert aller Zahlungen, die die Zentralbank an die Euro-Staaten ausschütten kann, ohne Inflation auszulösen. Aber wehrt hin oder her, es ist zu spät. Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Auch wenn die EZB zwischen Juli und September 2022 den Leitzins auf 0,75 Prozent erhöhen will. Das ist zu wenig. Das kommt zu spät. Aber es kommt. Und das hat Folgen für uns Sparer. Was bedeutet ein höherer Leitzins für den Einzelnen? Für Sparer, Hausbauer und Aktienbesitzer. Ein höherer Leitzins hat unmittelbare Folgen für die Geldwirtschaft. Es wird teurer, einen Kredit aufzunehmen. In der Folge verzichten Privatpersonen auf nicht notwendige Anschaffungen. Und Unternehmen sparen bei neuen Investitionen. Weil dadurch insgesamt weniger investiert und gekauft wird, sinkt die Nachfrage. Waren und Dienstleistungen werden wieder günstiger. Wer Geld auf der hohen Kante hatte, könnte von der Entwicklung profitieren. Durch die von der EZB betriebene Nullzinspolitik hatten Sparer seit Jahren keine Zinsen für ihre Einlagen bekommen. Teilweise verlangen Banken sogar Strafzinsen für Guthaben. Das bedeutet, wer Geld bei seiner Bank parkt, muss dafür sogar noch bezahlen. Mit einem höheren Leitzins könnte es bald wieder Zinsen für Guthaben auf einem Sparbuch oder einem Tagesgeldkonto geben. Falls durch die neue Zinspolitik die Inflation tatsächlich gebremst wird, profitieren Sparer sogar zweifach. Einmal durch die höheren Zinsen und außerdem, weil der Wert ihres Vermögens nicht weiter dahin schmilzt. Der Euro verliert dann nämlich nicht mehr so rasch an Wert. Und was ist mit Kreditnehmern? Ein höherer Leitzins bedeutet mittelfristig auch steigende Zinsen für Kredite. Das ist vor allem für Bauherren wichtig, die jahrelang von sehr niedrigen Zinsen profitiert haben. Allerdings sind nicht alle Kreditnehmer in gleichem Maße betroffen. Wer beim Abschluss des Kreditvertrags eine langfristige Zinsbindung vereinbart hat, der kann weiterhin mit stabilen Raten rechnen. Wer allerdings darauf spekuliert hatte, dass die Zinsen auf Dauer niedrig bleiben und die zusätzlichen Kosten für eine Zinsbindung gescheut hat, der könnte bald vor einem Problem stehen. Schon ein kleiner Anstieg des Zinsniveaus wird die monatliche Belastung um mehrere hundert Euro erhöhen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Euro durchhält. Momentan sieht es ganz so aus, als würde er aufgrund seiner anhaltenden Schwäche schon bald nicht mehr akzeptiert werden. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztok TV Ihr Team von Finanztok TV